Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neunten Video. Und heute werden wir mal in Notruf Hamburg mit ein paar Zuschauern als Notarzt unterwegs sein. Leute, denn jetzt sind wir wirklich endlich mal der richtige Notarzt, haben nämlich jetzt auch die Bluttransfusionen freigeschaltet und auch den neunten VW-IT4, den wir uns direkt auch mal spawnen können. Ich finde, der sieht in der Notarzt-Edition gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich ist er, ich finde ihn im ADAC persönlich am besten, aber im Notarzt, Leute, sieht er auch ganz chillig auf jeden Fall aus. Bisher ist hier leider nur ein Feuer ausgebrochen, Leute. Ja, wie ich würde mal sagen, ich höre aber hier auch Schüsse. Ich würde mal sagen, wir warten mal direkt auf den ersten Einsatz. So, da ist ein Polizist mit einer Glock, nee, mit einem Blitzer. Leute, es könnte, können wir dem... Komm, Leute, dir gönne ich jetzt eine Gneisse Bluttransfusion. Gib her. Und leider hat der, äh, Lukas hat es schon eine gegeben, aber why not? Wir, äh, haben es immerhin versucht. So, die Bluttransfusionen tun doch hier jedem gut. So, Leute, wir müssen, wir gehen eigentlich mal direkt... Jo, was steigt die bei uns mit ein? Interessant. Leute, ich höre bei der Bank Schüsse. Ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt mit Bluttransfusionen mit rein. Weil es könnte jetzt sein, dass wir jetzt... Leute, ich höre da so viele Schüsse aus der Bank. Ich glaube, da wird gleich die ein oder andere gleich... Achso, das ist... Leute, ein E... Endlich mal ein, äh, Mediacal Emergency. Kann an dem was ausgehen, Leute. Wir saufen uns einen nicen Ernst hier rein, wenn wir vorher als Criminal geklaut haben. Und rennen zum Emergency, Leute. Eine Bluttransfusion wäre ganz nice. Jo, wo ist das? Leute, wir gehen ins Auto, Leute. So, Leute, dir, Leute, SEK, wir geben dir kurz eine Bluttransfusion. Komm, gönn, gönn, gönn. Nicht wegrennen, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Ich brauche die XP. Nice. Eine Bluttransfusion hat der SEK auf jeden Fall geküsst, Leute. Ich höre aber so viele Schüsse. Und wir fahren da jetzt mit unserem IG4 hin. Und wieder ein, äh, Mediacal Emergency. So, Leute, wir fahren da jetzt hin, Leute. So, Leute, endlich ist hier mal ordentlich was. Los, um ehrlich zu sein. Ich habe nämlich davor sogar auch ein Video gemacht. Und da war leider wirklich gar nichts. Deswegen habe ich jetzt ein neues Video, Leute. Erstmal eine Bandage, Leute. Gönn dir die Bandage auf jeden Fall. Und er hat gelieft. Junge, warum lieft ihr denn alle? Mann, der schöne Einsatz. Naja, nicht mal eine Transfusion hat er sich gegönnt. Leute, die können doch alle super eine Bluttransfusion vertragen. Und boom, das haben wir schon mal, Leute. Du kriegst hier noch... Okay, Leute, ey, Lukas gibt ihm schon eine. Dann, Leute, komm, du kriegst eine Bluttransfusion. Die ist super gesund. Und, ach, Mann, Lukas macht das. Ey, Lukas. Bestimmt finden wir gleich noch einen, äh... Leute, ihr meinten, haben wir eine Bluttransfusion mehr. Aber einfach kein richtiger Einsatz. Es tut mir leid, wenn hier nichts kommt. Aber, äh... Ja, Leute, wir können auch gerne gleich mal ein LKW-Video machen, Leute. Jetzt aber, jetzt aber... Guck, 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 guck. Bluttransf... Ach, komm, er gibt's schon. Ey, Bro, bitte, lass mich mal eine geben. Leute, ich hör beim Juve tatsächlich sogar Schüsse. Leute, ist jetzt da endlich mal ein Einsatz? Mann, ey, was ist denn los mit den Verbrechern, Leute? Wir brauchen mal wieder so richtige Schwerverbrecher. Ich hör da aber Schüsse. Nee, die sind nicht beim Juve. Äh, ich lass die mal, Leute, weil die werden sich eh keine Transfusion... Beim Gefängnis, Leute, hör ich um die Schüsse. Ist da gerade einer ausgestiegen? Keine Ahnung, Leute, hab grad nicht drauf geachtet. Wenn ja, dann werden wir ihn später gleich wieder abholen. Leute, wir haben Bluttransfusionen für... Okay, er will keine, weil er full Liv hat. Oh, jetzt endlich mal ein Mediateal Emergency. Nice auf jeden Fall, Leute. Da fahren wir mal direkt hin. Leute, hier irgendwo... Wo ist denn der Emergency? Bro, bin ich grad dumm? Ja, Leute, da irgendwo... Ich hab irgendwie... Irgendwie ist das Navigation-System kaputt. Aber hier irgendwie... Ach, doch, Leute, beim Knast. Nice. Leute, Einsatz erstmal. Eine nice Bluttransfusion, würde ich sagen. Zack, eine Bandage gibt Lukas schon. Und dann würde ich sagen, Infusionen bis zum... Geht nicht mehr, Leute. Das ist ein nicer Einsatz, weil wir werden ihn die ganze Zeit heilen. Zack, Leute, vielleicht nochmal eine... Okay, Bluttransfusion geht immer nur einmal. So, Leute, wir werden dich jetzt super versorgen, mein Lieber. Und das gibt XP, Leute. Nice. So, kommt noch eine, Leute. Schaffen was, schaffen was. Oh, Leute, das haben wir doch geschafft. Jetzt ist er aber voll. War ein nicer Einsatz, auf jeden Fall. Äh, ja, Leute, ich würde mal sagen, wir warten mal endlich weiter. Leute, einer hat einen Emergency gesendet. Und zwar mit der Meshats help. Eigentlich scheint nichts so los zu sein, weil wir haben keinen immediate Emergency bekommen. Aber egal, wir fahren da trotzdem hin, Leute. Wir haben ja sonst hier nichts zu tun. LKW-Fahrer, lasst mal, Leute, lasst mich mal durch. Und wir haben hier einen Einsatz. Äh, Leute, da hinten irgendwo ist das, ey. Nachher wurde er vom Zug irgendwie angefahren. Hat ein bisschen HP verloren. Und da hinten ist nur ein weißer Bus. Okay, aber der hat damit nichts zu tun. Das ist nämlich... Doch, hat der? Und was sendet der Bus für eine... Leute, warte. Ah, Leute, Feuerwehrmann. Leute, du kriegst von mir eine Bluttransfusion. Können wir das überhaupt Feuerwehrmann dann geben? Komm. Ja, Leute, nimm die Bluttransfusion. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Nice. Nochmal eben wieder schnaftige XP. Mal eben so nebenbei. Kann man ja machen, nur der ist so ein Lerner ist okay da. Leute, aber sonst ist hier nichts mehr. Leute, hier hat noch einer ein Emergency gesendet. So, unser Auto steckte gerade ein bisschen fest. So, Leute, unser Auto steckte gerade ein bisschen fest, Leute. Wir gehen jetzt aber hier mal direkt zum Emergency. Können wir vielleicht wieder... Das ist hier beim Feuer hinterm Haus. Moin, was geht denn bei dir ab? Ey, Junge, du bist... Du kriegst von mir... Weißt du was? Was du von mir kriegst? Du kriegst... Den hier von mir. Weil das war nicht mal ein Einsatz. Ein kleiner Krimineller. Dann sendete einfach einen Einsatz, obwohl nichts los ist. Na ja, egal. Egal, immerhin haben wir als Sprit verballert. Also eigentlich elektrischen Sprit. Wer hier mit seinem Bus hat, hat auch Probleme. Äh, Leute, lassen Sie mich bitte mal durch. Junge, was stört der? Ich hasse die Leute immer so vor den Wagen rennen. Ich hab doch nichts getan. Danke sehr. Wir hauen mal ab, bevor nämlich jeder zukommt. Leute, ist der Busfahrer tot? Haben wir lachen? Hat er sich für uns überfahren lassen? Wir hatten das nicht. Schade. Wir gucken jetzt, ob wir noch ein paar Leuten hier Bluttransfusionen geben können. Zum Beispiel den im Survivor. Wir blockieren dich mal. Leute, ein Immediately Emergency. Ich hab auch grad Schüsse gehört, Leute. Jetzt wird's hier nochmal spannend. Da fahren wir mal direkt hin, Leute. Wo ist das denn? Ist das hier beim Juve in der Nähe? Hier ist auf jeden Fall viel los. Äh, okay, Leute. Das ist hier beim, äh, ja genau, beim Juve in der Nähe ist das. Genau, und hier beim Juve gab es einige Schusswechsel. Und da ist wohl der ein oder andere Polizist umgekommen. Ich würde mal sagen, Bluttransfusionen. Und du bekommst die auf jeden Fall. So, da bekommst du noch eine Bandage. Leute, ist, will keiner mitmachen. Und da bekommst du noch ein paar Infusionen. So, Leute. Du bist hier nice wieder geheilt. Und du kriegst noch eine. Ein weißer BMW X3. Aha. Und ich will dir noch mehr Infusionen geben. Please. Äh, okay, ist ehrenlos. Naja, Leute, wir haben 110 XP. Oh, der Juve wird ausgeraubt. Natürlich, aber wir haben hier alle Full HP. Leute, ihr müsst mal ein bisschen HP verlieren. Dann, äh. Und aua, das hat weh gezahlt. Wir haben leider unser Blaulichtlicht angemacht. Kann passieren. Aber, Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal unsere Geschichte. Wir haben 125 XP. Also, es geht natürlich immer mehr. Leute, wir beenden nämlich jetzt auch das Video. Könnte sein, dass es ein bisschen kürzer ist. Äh, weil, Leute, äh, ja. Wir haben zwar ein, wir haben auf jeden Fall ein paar gute XP gefarmt. Äh, könnte natürlich echt mehr sein. Aber auf dem Server war halt auch nicht so viel los. Ich würde sagen, Leute, falls euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf mehr Noten von Hamburg oder Notarzt habt, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen runter. Und, äh, ja, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und dann, wie ich sage, sehen wir uns in einem nächsten Video. Bis dahin, Leute, wir beenden, nehmen wir unsere Geschichte. Wir beenden sie, Leute. Jetzt haben wir, zack, so. Und, tschau, tschau. Äh, das war ein kleiner Fake. Und, tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau.